Willkommen zum deutschsprachigen Teil der Landesmedienkonferenz hier im Pressesaal in Landhaus 1 in Pozen. Benvenuti alla parte tedesca della conferenza stampa virtuale im Palazzo Wiedmann a Bolzano. La parte in lingua italiana segue alle ore 17. Im Programm Neustart Südtirol der Landesregierung sind wesentliche Maßnahmen für die Südtiroler Wirtschaft enthalten, aber genauso für die Bereiche Familie und Soziales. Auf die Wirtschaft werden wir im Laufe der kommenden Woche eingehen. Familie und Soziales hingegen kommen heute zu Wort und daher begrüße ich Familien- und Soziallandesrätin Waltraud Degg, gebe aber vorher das Wort an den Landeshauptmann Arno Kompatscher für den Blick auf die Zahlen aus dem Gesundheitsbereich, auf das heutige politische Geschehen und sicher auch auf die Inhalte der heutigen neuen Verordnung Nummer 21. Bitte sehr. Ja, einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Guten Tag, Herr Dutsch. Zunächst vielleicht zu den aktuellen Zahlen, zu den aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Infektionen. Es sind in den letzten 24 Stunden weitere 1.190 Abstriche ausgewertet worden, sehr viele also wiederum. Insgesamt sind es somit schon 28.888 Abstriche bei 13.977 getesteten Personen. Die Nachricht ist, dass von diesen 1.190 Abstrichen 29 positiv waren. Das heißt, der Prozentsatz der positiven Abstriche in Bezug auf die gemachten Abstriche, aber auch auf die getesteten Personen, ist wiederum leicht zurückgegangen. Das hält jetzt seit mittlerweile zwei Wochen an, dass jeden Tag dieser Prozentsatz leicht sinkt. Und das ist natürlich ein sehr positiver Trend, weil der sich jetzt inzwischen auch schon sehr lange bestätigt hat. Es ist so, dass wir 29 positive haben, aber wir haben inzwischen in den letzten 24 Stunden auch 50 weitere geheilte. Also die Zahl jener, die inzwischen sich erholt haben, die Krankheit überstanden haben, übersteigt deutlich jener, die neu infiziert sind. Und das bedeutet auch, dass natürlich die Zahl jener, die aktuell infiziert sind, beziehungsweise an der Krankheit leiden, sinkt. Jetzt im Sinken begriffen ist und diese Zahl im Abnehmen begriffen ist. Ganz wichtig auch für uns immer die Zahl der Belegung der Intensivbetten. Es sind nunmehr in Südtirol 21 Betten in der Intensivmedizin belegt, plus sieben im Ausland, also insgesamt 28. Wer sich erinnert, wir waren schon bei 65 intensivmedizinisch betreuten Patienten und somit auch hier haben wir die Abnahme. Natürlich betrübt uns immer noch die Zahl der Todesfälle, die wir zu verzeichnen haben. Das ist auch ein Nachwirkung natürlich der vorhergehenden Infektionssituation, weil das natürlich eine längere Vorlaufzeit hat. Infektion, Inkubationszeit, Krankheit und dann eben leider in bestimmten Fällen mit tödlichem Ausgang. Und deshalb haben wir immer noch das Hinterherhinken einer relativ hohen Zahl an Todesfällen. Insgesamt deutlich niedriger zwar als im benachbarten Trendino, aber doch deutlich höher als im Bundesland Tirol. Die geringere Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern bedeutet auch, dass die Krankenhäuser jetzt damit beginnen können, wieder ihre ordentliche, normale Tätigkeit zu programmieren. Also in den Krankenhäusern ist natürlich auch in den letzten Wochen nicht nur mit Covid-Patienten gearbeitet worden, aber dass man jetzt auch wieder programmierte Eingriffe, die in Nachfolge die Belegung eines Intensivbetts nach sich ziehen, jetzt wieder Stück für Stück zulassen kann. Diese entsprechenden Planungs- und Vorbereitungsarbeiten laufen seit Tagen. Es wird dann in den nächsten Tagen Schritt für Schritt eben auch mit der Aufnahme dieser Tätigkeiten wieder begonnen werden. Und das ist absolut die gute Nachricht. Also die Krankenhäuser können jetzt auch wieder programmierte Eingriffe vornehmen. Und natürlich hat sich jetzt in diesen Wochen auch wieder eine neue Ruhezahl von Wartenden auf diese Eingriffe gebildet. Das wird jetzt natürlich noch einige Monate nachwirken, bis das wieder Schritt für Schritt abgebaut werden kann. Wir haben also eine grundsätzlich positive Entwicklung. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt plötzlich sagen können, so das Ganze sei ausgestanden oder durchgestanden. Absolut nicht. Das kann nicht oft genug betont werden. Wir haben immer noch Infektionen. Wir haben immer noch Infizierte. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein, insbesondere natürlich im Bereich der Krankenhäuser, im Bereich der Alters- und Pflegeheime. Aber nicht nur überall dort, wo viele Menschen zwangsläufig zusammenkommen, wo es potenzielle Infektionshärte und Verbreitung des Virus gibt. Trotzdem wollen wir angesichts dieser Zahlen jetzt Schritt für Schritt auch wieder mehr berufliche Tätigkeit zulassen. Es ist auch so, dass das absolut notwendig ist. Wir können nicht jetzt ewig alles geschlossen halten. Wir können aber auch nicht glauben, dass wir von einem Tag auf den anderen zuerst Lockdown und dann alles offen. Genauso wird es nicht sein, sondern Schritt für Schritt und mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen werden wir Tätigkeiten wieder aufnehmen. Heute habe ich eine Verordnung unterzeichnet, die es ermöglicht, dass Produktionstätigkeit auch zusätzlich zu den bereits aufgrund der ADECO-Codices gelisteten Tätigkeiten auch weitere Tätigkeiten noch gemacht werden. Und jetzt nicht nur mehr vom Firmeninhaber alleine im Betrieb, sondern auch bis zu maximal fünf Mitarbeitern. Also all jene Tätigkeiten, die nicht ausdrücklich noch geschlossen sind und ausdrücklich untersagt sind, das sind die Detailhandelsbetriebe zum Beispiel, die nicht Lebensmittel oder Papier und Schreibwaren verkaufen oder eben die Kleinkinderbekleidung. Also alle anderen Geschäfte bleiben geschlossen, auch Gastronomie bleibt alles noch geschlossen. Aber andere Produktions- und Dienstleistungstätigkeiten können mit bis zu fünf Mitarbeitern unter absoluter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, die auch in den verschiedenen Protokollen, die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerseite unterzeichnet worden sind, aufgenommen werden, sofern sie ohne Kundenkontakt stattfinden natürlich und eben noch einmal unter peinlichster Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen. Das gilt nicht nur für die Tätigkeit in den Betriebsstätten selbst, sondern auch auf den Baustellen mit maximal fünf Mitarbeitern pro Einsatz, also pro Betrieb, der dort auf der Baustelle im Einsatz ist. Natürlich wiederum mit einer genauen Risikoanalyse. Wir beziehen uns auch ausdrücklich auf das Protokoll, das in Südtirol zusätzlich zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen unterschrieben worden ist. Also diese Leitlinien für die Sicherheit auf den Baustellen, die müssen beinlichst genau eingehalten werden, aber damit kann man eben wieder Schritt für Schritt Tätigkeit aufnehmen. Ein letztes noch, und dann darf ich auch das Wort schon an Landesrätin Waltraud-Degg weitergeben. Ich habe gerade vorhin an einer Videokonferenz mit den Kollegen, Präsidenten der anderen Regionen, teilgenommen. Da ging es genau eben auch um diesen Neustart, um das schrittweise Wiederöffnen. Es findet heute Abend eine Sitzung der sogenannten Kabine di Regia statt, also dieser kleinen Arbeitsgruppe auf Staatsebene, die hier auch die Vorbereitungen treffen soll. Es war am Ende eine gute Sitzung jetzt, weil es war doch die einhellige Position, dass wir sagen, der Staat soll Leitlinien definieren, da wollen wir natürlich mitreden. Ich habe selbst auch bereits daran erinnert, dass wir schon Vorschläge nach Rom geschickt haben. Ich habe sie heute noch einmal vorgestellt in dieser Sitzung, wo man sagt, anhand welcher Kriterien definiert werden soll, wer, wann, wie, wieder mit welcher Tätigkeit beginnt. Das Wie ist hier besonders wichtig, da werden wir uns einig. Also es geht nicht darum, dass man einfach wieder so tut, als ob nichts gewesen wäre, sondern es wird immer Sicherheits- und Schutzvorkehrungen brauchen. Der Staat soll also die Leitkriterien, anhand welcher Kriterien soll das entschieden werden, welches sind die Basisdaten, die vorhanden sein müssen, was ist besonders zu berücksichtigen. Aber dann müssen es die Regionen und in unserem Fall die Länder, also Südtirol und Trentino sein, die dann mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern gemeinsam die Details ausarbeiten und dann entsprechend den Verordnungen festlegen. Das wird heute die gemeinsame Position sein, die wir vertreten. Wir hoffen, dass die Regierung das dann auch so sieht und dass wir dann in den nächsten Wochen entsprechend einen Gestaltungsspielraum erhalten. Soweit von meiner Seite und nun das Wort an Landesrätin Walter Tick. Dankeschön, einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Ich möchte heute zwei Dinge tun. Einmal über die getroffenen Maßnahmen für Familien- und soziale Verhärtefälle dieser Woche in der Südtiroler Landesregierung informieren. Und das zweite Wichtige, auch einen Ausblick auf die Nachkrisenzeit, auf den Neustart auch machen. Also wie gesagt, am Dienstag hat die Landesregierung zahlreiche wichtige Maßnahmen für den Bereich Familie getroffen und für jene, die unsere Unterstützung auch ganz dringend brauchen. Uns war es wichtig, dass das unbürokratisch und auch schnell dann auch umgesetzt werden kann. Und ich darf jetzt zwei, drei Slides einblenden dazu. Die erste Maßnahme, die wir beschlossen haben, ist die sogenannte Soforthilfe Covid. Es ist eine Maßnahme, die ein Mindesteinkommen garantiert für Familien und Bürger, die durch die Corona-Zeit finanzielle Einbußen erlitten haben, ihren Job verloren haben, ihre Arbeitstätigkeit nicht mehr ausüben können und auch keine andere Form der Unterstützung erhalten. Die Maßnahme ist einmal grundsätzlich für drei Monate angelegt. Wie hoch sind die Beträge? Es sind 500 Euro für den Einzelnen, zusätzlich 100 Euro pro Familienmitglied, für ein Maximum von 800 Euro pro Monat, also 2.400 Euro für drei Monate und für Familie. Diese Maßnahme ist auch kuppelbar natürlich mit den anderen Maßnahmen, die weiterhin ausbezahlt werden. Das sind Familiengelder, Pflegegelder und alle anderen Unterstützungsleistungen auf Landes- und Staatsebene. Ansuchen kann man diese Leistung ab 24. April, also ab nächste Woche. Und wie sucht man an? Mit einer einfachen E-Mail an den Sozialsprengel. Die benötigten Dokumente sind auch nicht viele. Grundsätzlich das Formular ist auf der Homepage abrufbar. Man braucht den Ausweis, die Steuernummer. Es ist keine EWE nötig. Und wie gesagt, das meiste funktioniert oder es funktioniert der Rest mit Eigenerklärungen. Die zweite wichtige Maßnahme, die ich jetzt einblenden darf, das ist eine Maßnahme, die hat eine etwas andere Ausrichtung. Es ist von vielen Seiten immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden. Und es war uns auch ganz wichtig, dass das Thema Miete und Wohn- und Nebenkosten ein wichtiger Bestandteil der fixen Kosten einer Familie sind. Und deshalb haben wir hier auch am Dienstag Sonderbeiträge für Miete- und Wohn- und Nebenkosten beschlossen. Es sind Beiträge bis zu 1.665 Euro Mietbeitrag und bis zu 420 Euro für Nebenkosten. Immer ausgerechnet auf drei Monate mal grundsätzlich. Und dann natürlich muss man weiterschauen, wie sich es entwickelt. Ansuchen können in diesem Fall, wie gesagt, alle jene, die auch für die Soforthilfe Covid ansuchen können. Aber zusätzlich auch all jene, die, wie gesagt, einen sieben Einkommensverlust erlitten haben in den letzten Monaten. Auch dann, wenn sie in eine andere unterstützende Maßnahme auf Landes- oder Staatsebene fallen. Wie hoch sind die Beträge? Auch hier sind es Beträge, die, glaube ich, gut sind. Es sind 420 Euro bis 555 Euro Mietbeitrag, wie gesagt, und dann maximal 1.665 Euro pro Familie. Auch hier das Ansuchen ab 4. April möglich, im Sozialspringel immer mit einfacher E-Mail und mit den Dokumenten wie vorher. Eine weitere wichtige Maßnahme, weitere wichtige Maßnahmen, es sind mehrere, betrifft einmal die Pflegegeldempfänger. Es gibt eine große Anzahl an Pflegegeldempfängern, die, wir haben 16.000 insgesamt, die Dienstgutscheine haben. Die können sie derzeit nicht einlösen, weil ja auch der Hauspflegedienst auf das absolut Notwendige reduziert wurde. Und diejenigen, die jetzt diese Gutscheine haben, die erhalten dann eine finanzielle Direktauszahlung in den nächsten drei Monaten. Das ist ganz, ganz wichtig und eine weitere wichtige Maßnahme für alle jene Familien und Menschen, die ihre Familienangehörigen daheim unterstützen und auch pflegen. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft dann die Verlängerung des Pflegegeldes. Das ist auch weiter wichtig, weil wir ja derzeit auch die Einstufungen ausgesetzt haben. Die Anträge für Pflegegeld können natürlich weiterhin gestellt werden, immer mit einem vereinfachten Antrag. Ganz, ganz wichtig sind auch jene Beiträge, die jetzt nicht direkt an die Familien fließen, die aber zur Unterstützung jener dienen, die in dieser Zeit unheimlich Wertvolles leisten. Das sind einmal jene Einheitsbeiträge, Zusatzbeiträge und auch Tagssätze für Seniorenwohnheime. Sie wissen, wir haben in den Seniorenwohnheimen Neuaufnahmen schon mit März gestoppt. Warum? Weil wir sicherstellen wollen, dass eben nicht eine zusätzliche Gefahr hier auch dann Gefahr der Übertragung des Virus ins Heim erfolgen kann. Und deshalb haben wir auch den Seniorenwohnheimen die Möglichkeit gegeben, dass sie Isolationsbetten frei machen. Und sie haben natürlich jetzt auch diese Betten nicht belegt oder nicht alle Betten belegt. Und deshalb werden wir hier auch die Kompensationsmaßnahmen vornehmen. Das Gleiche gilt natürlich auch für alle jene Dienste, das Sozialdienste, die derzeit nicht sind. Also der Hauspflegedienst ist aktiv, das Essen auf Rädern ist aktiv, aber eine ganze Reihe von stationären und teilstationären Diensten, die sind derzeit ausgesetzt. Und deshalb auch hier werden die Kosten und Ausfälle ausgeglichen. Eine weitere wichtige Maßnahme betrifft dann auch speziell die Einrichtungen für Minderjährige. Auch dort sind, die sind im Schnitt bis zu 88 Prozent ausgelastet. Das sind wichtige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Familiensituationen kommen. Und auch hier werden wir die Träger dieser Dienste kompensieren. Eine weitere wichtige Maßnahme betrifft dann vor allem die Menschen mit Beeinträchtigung, mit psychischer Erkrankung und in Abhängigkeitserkrankungen. Es ist so, dass derzeit wir eben 270 Personen haben, die in Arbeitsbeschäftigungsprogrammen sind und die derzeit aufgrund des Corona-Notstandes eben ausgesetzt sind. Diese 270 Personen erhalten weiterhin ihre Entlohnung, auch wenn natürlich sie derzeit in diesen Arbeitsbeschäftigungsprogrammen nicht arbeiten können. Ein weiter wichtiges Datum ist vielleicht, und das ist auch ganz interessant, weil sie nicht so sichtbar sind, aber unheimlich Wertvolles leisten. Es werden derzeit 460 Menschen mit Behinderungen, psychischer Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen in 59 Wohngemeinschaften, Wohnheimen und Trainingswohnungen von über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind Sozialpädagoginnen und Pädagogen, Sozialbetreuerinnen und Sozialbetreuer begleitet. Und ich darf aus diesen 60, aus diesen Diensten vermelden, dass es bis auf einige wenige Verdachtsfälle bisher nur einen positiv getesteten Bewohner gegeben hat und sechs positiv getestete Mitarbeiter. Es sind aber bisher keine Todesfälle oder auch andere Probleme aufgetaucht. Und bei dieser großen Anzahl an Menschen, die auf relativ engem Raum zusammen sind, ist das eine großartige Leistung. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Vielleicht abschließend für diesen ersten Teil dann noch ganz kurz, dass wir natürlich auch für die Sozialgenossenschaften einen Ausgleich beschlossen haben, die derzeit ihren Dienst in der Kleinkindbetreuung, in der Nachmittagsbetreuung nicht ausüben können. Und dass wir natürlich die Tarife, die die Eltern eben nicht zahlen, auch ersetzen. Das sind also für drei Monate sechs Millionen Euro, die wir hier auffangen. Jetzt komme ich auch zu einem kurzen Ausblick auf den Neustart. Eines der größten Themen, die derzeit auch neben den vielen anderen schon genannten, an uns herangetragen wird, ist die Betreuung von Kindern und jungen Menschen. Umso mehr, da wir jetzt auch hören, dass die Dienste und die Arbeitsmöglichkeiten aufgehen. Und wir arbeiten gemeinsam, Landeshauptmann, vor allem auch auf Staatsebene, und wie in der Landesregierung daran, auch hier den Neustart gut zu gestalten. Vielleicht, wie sind die Rahmenbedingungen jetzt? Derzeit ist keine öffentlich organisierte Kinderbetreuung möglich, laut staatlichen Dekreten. Die einzige bisher zulässige Form ist ein privater Babysitterdienst. Der ist im Ateco-Kodex und im Kodex 97, Lavoro Domestico per Privati, zulässig. Dafür gibt es auch die 600 Euro auf Staatsebene Babysitterbonus oder 1.000 Euro für jene Menschen, die im Krankenhaus oder in den Pflegeeinrichtungen arbeiten. Für uns ist es wichtig, dass wir jetzt in die Planung gehen und schon beim Planen sind für die nächsten Schritte. Das heißt, wie kann Kinderbetreuung nach dem 3. Mai ausschauen, beziehungsweise auch vor allem im Sommer ausschauen. Und wir haben regelmäßig Videokonferenzen mit den Anbietern und auch nächste Woche mit der Familienministerin Elena Bonetti, um Planungssicherheit zu haben. Wir werden ausgehen müssen von der Tatsache, dass wir Sommerbetreuung nicht wie bisher in der gleichen Form, wie es die Jahre zuvor und hoffentlich auch die nächsten Jahre sein werden, anbieten können, sondern es wird in Richtung kleinere Gruppen gehen müssen, unter Einhaltung auch von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich dann auch Hygienemaßnahmen, wo das Personal geschult werden muss, aber dann auch natürlich den Kindern und jungen Menschen selber gut vermittelt werden muss. Aber ich denke, dass wir hochprofessionelle Menschen auch in diesem Bereich haben. Ich darf sagen, alle, die jetzt schon am Planen sind, die freuen sich darauf, endlich wieder starten zu können, die Familien unterstützen zu können. Und wir werden uns auf allen Ebenen bemühen, dass wir spätestens mit Sommerbeginn dann auch das Sommerprogramm gut starten können. Ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass wir alles auffangen können. Es sind ja eine große Anzahl an Kindern und jungen Menschen, die derzeit normalerweise in Schulen, Kindergarten, Kleinkindbetreuungseinrichtungen und Programmen begleitet werden. Aber unser Bestreben gilt es, möglichst viele dann aufzufangen. Einmal auch, um die Eltern zu entlasten, aber zum Zweiten, dass die Kinder selber nach dieser langen Phase auch der Abstinenz im Kontakt mit ihren Freunden einfach auch wieder in der Gruppe wertvolle Erfahrungen machen können. Soweit von meiner Seite. Sollen wir gleich zu den Fragen kommen? Ja, es sind wahrscheinlich zwei Fragen, die an Landesrätin Degg gerichtet sind, auch wenn sie unterschiedlicher Natur sind. Eine Frage ist zur Kinderbetreuung im Sommer, das Thema, das Sie gerade besprochen haben. Gibt es Pläne, hier die Dienste aufzustocken? Und ich nehme gleich die zweite Frage dazu, auch wenn sie anders ist. Ist es möglich, auch die Infektionszahlen aus Seniorenheimen zu veröffentlichen? Der Journalist schreibt, das würde einen genaueren Überblick für die Bürger ermöglichen. Allein im Brunneck sind das gut die Hälfte aller positiv Getesteten. Die Daten liegen dem Medium vor. Wenn ich zur ersten Frage kommen darf. Also wir sind, wie gesagt, schon mittendrin in der Planung. Die Planung läuft derzeit auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist es, die schon geplanten Sommerprojekte für 50.000 Kinder nach den neuen Kriterien umzuplanen. Das ist ein Riesenaufwand. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das dann ist, wenn wir jetzt, wie gesagt, Räumlichkeiten suchen müssen, zusätzliches Personal suchen müssen, damit wir eben, wie gesagt, die Gruppengrößen verkleinern können. Und das läuft. Das zweite Programm sieht eine Aufstockung, die Möglichkeiten der Aufstockung und Potenzierung von Betreuungsmaßnahmen vor. Und da, wie gesagt, werden wir uns in der nächsten Woche vor allem mit dem Departement für Hygiene, mit dem Sanitätsbetrieb zusammensetzen, um einmal mit den Richtlinien zu erarbeiten, wie dann genau das ausschauen kann. Auch die Desinfektions dann von Räumlichkeiten. Und das ist auch schon in Planung. Und wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch mit Unterstützung aller dann aus dem Bildungsbereich, der Sportvereine, ganz viel Gutes hier in den nächsten Wochen auf den Weg bringen werden. Zum Zweiten, ja, die Veröffentlichung der Daten zu den Seniorenwohnheimen, das machen wir sehr gerne. Die Zahl der Verstürmeren werden ja auch weiterhin veröffentlicht nach einem Datenabgleich mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb. Und genau das ist es, woran wir jetzt derzeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb arbeiten. Das heißt, uns ist wichtig, validierte Daten dann auch nach außen zu geben. Die Daten, die derzeit auch vorliegen, das sind Daten, die derzeit auch mit dem Sanitätsbetrieb abgeglichen werden. Und im Grunde haben wir gesehen, dass es notwendig ist, eine gemeinsame Datenbank aufzubauen, so dass wir dann immer auch die korrekten Daten vorliegen haben, die Arbeiten dazu laufen. Und wenn sie dann steht, natürlich werden wir alle Daten nach vorne bringen. Ich darf ein Letztes noch sagen. Es wird derzeit viel diskutiert, ein bisschen und auch nicht immer, glaube ich, so gut dargestellt, dass alles, was in den Seniorenwohnenheimen derzeit geleistet wird. Das heißt, sie betreuen, das sind Einrichtungen für Menschen, wo viele ältere Menschen gut und hochprofessionell begleitet werden. Es ist für viele ältere Menschen auch, wenn man so will, die letzte Heimat auf ihrem Lebensweg. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Großartiges, gehen oft an ihre Grenzen und in diesen Tagen auch weit darüber hinaus. Und ich kann Ihnen sagen, das, was dort geleistet wird, sie halten sich an alle Richtlinien des Instituts Superiore della Sanità, auch an viel strengere Richtlinien. Und es würde einfach gut tun, auch diesen Menschen in diesen Diensten, wenn man ihre Arbeit schätzt, wenn man natürlich schaut, wie die Situation dort ist, aber auch einfach einmal das Gute darstellt. Und um das werden wir uns in der nächsten Woche auch sehr bemühen. Es ist gerade noch eine Frage dazu hereingekommen, deswegen nehme ich Sie gleich mit. Bitte um kurze Antwort. Sollen Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen im Sommer arbeiten? Ja, das ist eine Frage, die derzeit auch mit den Bildungslandesräten natürlich und den Gewerkschaftsvertretern dann zu diskutieren ist. Ich glaube, wir brauchen diese Unterstützung sehr, weil die Zahlen dann so hohe sind, dass das allein über das bewerte Betreuungsangebot schwer zu stemmen ist. Ich weiß, dass die Kollegen Bildungslandesräte auch schon beim Arbeiten sind. Das heißt, es wird Treffen mit den Gewerkschaften in der nächsten Woche dazu geben. Wie gesagt, ich höre auch sehr viel, dass die Bereitschaft besteht, das zu machen. Und wir würden uns, glaube ich, auch sehr viel leichter tun, einen guten Dienst für die Familien gemeinsam aufstellen zu können, wenn jeder einfach einen Teil der Last übernimmt. Ich glaube, das gemeinsame Ziel ist es, nach diesen schwierigen Wochen, wo Unheimliches geleistet wurde in den Familien, die Familien jetzt in diese neue zweite Phase gut zu begleiten. Das ist unser gemeinsames Anliegen und an dem arbeiten wir. Der Sommer ist offensichtlich schon ein starkes Thema. Die Sonne scheint auch draußen. Ein Journalist schreibt, dass in Gröden, man laut einer Pressemitteilung des Tourismusvereins bereits die Sommersaison plant. Wie wahrscheinlich ist der 4. Juni als angestrebter Termin? Es wäre jetzt fahrlässig, Termine zu nennen, auch weil die touristische Saison gar nicht alleine von unseren Entscheidungen abhängt, sondern viel stärker noch von Entwicklungen auch außerhalb Südtirols im westlichen Staatsgebiet, aber vor allem auch in Österreich, Deutschland, in den Kernmärkten unserer Tourismuswirtschaft und vor allem auch in der Reisebereitschaft dieser Regionen und auch in Bezug auf wie die internationalen Regelungen in Bezug auf Reisebeschränkungen ausschauen werden. Ich halte einen generellen Start, also im Sinne von, dass es da Großtourismus Anfang Juni geben wird, für eher optimistisch. Ich glaube, dass es jetzt einmal darum geht, die Regeln zu definieren, unter welchen überhaupt bestimmte Dienstleistungen erbracht werden, ob das Restaurationen, Barbetriebe oder eben Behördungsbetriebe sind, das müssen wir relativ rasch haben. Dann auch die Möglichkeit der Öffnung, das sehe ich durchaus, dass das bis dahin sein kann, dass man wirklich sagt, man darf die Betriebe aufmachen, die Frage ist, wie viel Nachfrage dann bestehen wird. Das hängt, wie gesagt, nicht allein von unseren Entscheidungen ab. Wir brauchen dann ja auch Gäste, die überhaupt nach Südtirol kommen. Wir haben noch drei Minuten. Entweder es gehen sich eine oder zwei Fragen aus, je nach Antwort. Eine Frage ist relativ lang. Sie spricht von der Wirtschaft, von der Installation, also von der heutigen Verordnung und dort, dass die Installation oder die Aufstellung auch vor Ort des Produkts möglich ist, zulässig, wenn maximal fünf Mitarbeiter dort sind. Und die Frage ist, gilt das auch für die typischen Tätigkeiten des Hochbaus, Abbrucharbeiten, Schalenbetonieren, Mauern zusammenarbeiten und so weiter und auch für die Produktionstätigkeiten, die da zugehören? Die Antwort ist eine kurze, ist eindeutig ja, aber immer nur unter Einhaltung der strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Also ja, es sind all diese Tätigkeiten mit einbezogen, allerdings nicht mehr als fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Betrieb. Auch wie man zur Baustelle kommt, wie man sich auf der Baustelle verhält, hier ist Bezugnahme auf die Protokolle, die zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebervertretungen unterzeichnet worden sind, auf staatlicher und auf lokaler Ebene und das muss peinlich genau eingehalten werden, das wird auch kontrolliert werden, dann sind auch diese Arbeiten zulässig. Dann nehme ich noch zwei private Fragen dazu, die beides irgendwie mit der Bewegungsfreiheit zusammenhängen. Einerseits, wer in der gleichen Wohnung wohnt, darf der jetzt gemeinsam spazieren gehen oder nicht? Die Frage ist anscheinend immer noch nicht ganz für alle klar. Und die zweite Frage, auch mit der heutigen Verordnung, wo ja auch die Radwege drin sind, darf man jetzt eine Fahrradtour unternehmen oder nicht? Also zur ersten Frage, das ist ja nicht in der Verordnung selbst geregelt, sondern in einem Rundschreiben. Wir können das noch einmal bestätigen, auch an die Ordnungskräfte, damit kein Zweifel ist, auch mit der neuen Verordnung, wie wir an und für sich generell eine öffnende Rest gilt, dass jene Personen, die bereits gemeinsam in derselben Wohnung wohnen, auch gemeinsam natürlich ins Freie gehen dürfen. Das ist klar, sie müssen Abstand von allen anderen Personen halten. Auch das dürfte nachvollziehbar und logisch sein. Es geht ja immer um das gleiche Ziel. Wir werden das, weil ich das an der Frage erkenne, weil es immer noch gibt, auch noch einmal im Rundschreiben bestätigen. Auf staatlicher Ebene ist das ja auch nicht in der Verordnung geregelt gewesen. Dort ist es ein Elternteil gewesen, sondern mit einem Rundschreiben. Wir werden das hier auch in Südtirol noch einmal mit einem Rundschreiben bestätigen, das auch an die Ordnungskräfte ergehen wird, damit wir alle den gleichen Kenntnisstand noch einmal haben. Die Frage nach den Fahrradtouren, nein, die sind derzeit noch nicht erlaubt. Ich betone derzeit, denn es wird ein nächster Schritt sein, wo man dann auch Fahrradfahren als sportliche Aktivität ausdrücklich zulassen wird. Wiederum, wenn das individuell ausgeübt wird, nicht in der Gruppe, dann haben wir wieder ein Risikoproblem. Ist derzeit aber nicht der Fall. Derzeit ist das Bewegen zu Fuß, auch das Joggen, das ist ausdrücklich mit hineingenommen. Und das ist auch sowohl auf staatlicher Ebene wie auch hier auf Landesebene so interpretiert. Das Fahrradfahren ist erlaubt für das Bewegen sich zu einem Ziel hin, wo es eben eine erlaubte Fortbewegung gibt, nämlich zur Arbeit, zum Einkaufen, weil man den Arztbesuch macht, also aus medizinischen Gründen. Da kann man natürlich das Auto genauso wie das Fahrrad verwenden. Hingegen als sportliche Aktivität ist es derzeit noch nicht zugelassen. Wir werden dann diese Regeln dafür auch definieren und sicher in einem weiteren Schritt dann auch wieder die Fahrradsportaktivität zulassen, noch einmal, aber nicht in der Gruppe. Damit räume ich das Feld für die italienische Pressekonferenz, verabschiede mich auch ins Wochenende oder in den Sonntag. Das Wochenende ist ja schon im Laufen und bedanke mich bei den Teilnehmern hier am Podium. Landesebene in Waldraut Deg und Landeshauptmann Erno Kompatscher. Buon pomeriggio, quindi benvenuti alla parte in lingua italiana della Conferenza Stampa Virtuale sul Coronavirus. Il programma Hashtag Alto Adige si riparte, elaborato dalla Giunta Provinciale, prevede, tra l'altro, una serie di importanti misure a favore della famiglia e del sociale. Il portale Hashtag Alto Adige si riparte sulla pagina internet della provincia. Si possono consultare tutti i servizi sinora attivati. Questi argomenti, oltre all'ordinanza numero 21 firmata stamattina dal Presidente della Giunta, saranno al centro della conferenza stampa di oggi pomeriggio, alla quale prendono parte il Presidente della provincia Arno Kompatscher e l'assessore alle politiche sociali della famiglia, Waldraut Deg. Do quindi la parola al Presidente della provincia Arno Kompatscher. Buon pomeriggio anche da parte mia. Innanzitutto posso comunicare i dati che ci sono stati riferiti dall'azienda sanitaria per quanto riguarda gli ultimi sviluppi della situazione per quanto riguarda le infezioni in Alto Adige. Sono stati effettuati 1.190 tamponi solo nelle ultime 24 ore. In tutto abbiamo adesso 28.888 tamponi su 13.977 persone. Davvero un numero elevatissimo anche confrontando questi dati con le altre regioni in Italia ma anche a livello internazionale. Stiamo ultimamente effettuando sempre più tamponi anche in modo specifico per quanto riguarda le strutture per gli anziani ma anche la sanità, cioè gli ospedali, soprattutto per quanto riguarda anche i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici. Di tutti questi tamponi che sono stati effettuati, ripeto, quasi 1.200, solo 29 sono risultati positivi, è un dato relativamente basso. È in linea con il trend delle ultime due settimane. Ogni giorno notiamo che il numero dei positivi rapportato alle persone, alle nuove persone, per così dire, testate, cioè quelle che si sono aggiunte e che non hanno mai ancora effettuato un test, è sempre in decrescendo. Cioè la percentuale è sempre in decrescendo e questo sicuramente è un dato molto positivo. Possiamo notare anche che possiamo adesso considerare altri 50 persone come guarite dalla malattia Covid-19 e anche questo sicuramente è un dato molto positivo, che il numero dei guariti supera nettamente il numero dei nuovi contagiati. E questo vuol dire anche che il numero dei cosetti attivi, casi attivi, anche questo diminuisce di giorno in giorno. Ecco, questi sono i numeri importanti. Forse quello per noi il dato, il punto di riferimento sempre più importante, è quello dei posti letto in terapia intensiva occupati. Quindi attualmente oggi sono 21, cioè di nuovo anche questa cifra si è ridotta, sono 21 più i 7 all'estero in tutto 28. Ricordo anche oggi che eravamo già a 65 persone assistite in terapia intensiva, adesso siamo scesi a 28 complessivamente. Anche questo un trend che si è confermato un'altra volta. Ovviamente un dato triste è quello, il numero dei deceduti sono in tutto 239, sono meno deceduti della confinante provincia di Trento, ma sono nettamente di più di quanto notiamo, constatiamo, sono deceduti nel Bundesland del Tirolo con il coronavirus, o a causa, ovvero a causa del coronavirus. I dati che riguardano i posti letto occupati sia in terapia intensiva, ma anche quelli nei reparti ordinari degli ospedali, cioè questa diminuzione di posti letto occupati con pazienti con il coronavirus, con la malattia Covid-19, permette agli ospedali, alle nostre strutture ospedaliere, di ripartire anche con l'attività ordinaria, cioè che non siano state curate persone con altre malattie nelle ultime settimane, però aggiungere anche adesso interventi chirurgici programmati che hanno bisogno poi anche di una cura in terapia intensiva. Questo è stato evitato in ultima settimana, proprio per riservare i posti letto disponibili ai pazienti con Covid. Adesso, visto lo sviluppo della situazione, gli ospedali possono iniziare di nuovo con anche gli interventi programmati. Il lavoro di programmazione è già stato svolto negli ultimi giorni da parte di tutti i responsabili dei nostri espedali e adesso, nei prossimi giorni, si inizieranno di nuovo anche queste attività con questi interventi. Ovviamente si è creato una lunga lista d'attesa, sappiamo che le liste d'attesa erano già le unghie prima, adesso si sono aggiunte anche queste per questa situazione, cioè per qualche mese avremo sicuramente un lavoro aggiuntivo ancora da svolgere. Bene, tutti questi dati sono però piuttosto confortanti, vuol dire che siamo sulla giusta strada, assolutamente non vuol dire che abbiamo superato l'emergenza, c'è sempre una situazione straordinaria, dobbiamo sempre essere molto cauti, attenti, però ovviamente parallelamente continuiamo a fare un passo dopo l'altro per ripartire anche con le nostre attività di lavoro e anche con piccoli passi per quanto riguarda la nostra vita sociale. Perché sarebbe un grave errore pensare che ci sia il momento, o ci sarà in futuro un momento dove da un momento all'altro si riapre tutto, si riparte tutto e tutto sarà di nuovo come prima. No, sicuramente è una ripartenza molto graduale, con tante misure di sicurezza, di cautela, con dispositivi che devono essere utilizzati, con sicuramente strategie e sistemi che vanno adottate per ogni singola attività e per ogni singolo passo che faremo. Uno di questi passi l'abbiamo fatto oggi con una nuova ordinanza che ho affermato che permette ulteriori attività nelle officine e nei cantieri che fin d'ora erano ammesse soltanto per determinate attività con determinati codici a teco, ovvero se svolte soltanto dai titolari dell'azienda. Adesso possono essere svolti anche dai titolari con un massimo in tutto diciamo 5 persone che possono collaborare, ovviamente adottando tutti i sistemi di protezione che sono previsti sia nei protocolli a livello nazionale ma anche in quelli firmati a livello locale tra le rappresentanze sindacali e quelli datoriali. Qui ringrazio anche per questa importante attività alle categorie economiche e ai sindacati che hanno dato le precise indicazioni come possiamo svolgere queste attività e nell'ordinanza facciamo proprio riferimento a questo. Questo vale sia per l'attività dentro l'azienda ma anche l'attività presso i cantieri dove bisogna seguire attentamente queste regole ovviamente ci saranno anche controlli. Bene, questo per adesso è tutto da parte mia a questo punto cedo la parola all'assessore Valtra Otec. Grazie, un cordiale buon minuto anche da parte mia oggi vorrei fare due passi il primo passo è informarvi sulle misure adottate per le famiglie di questa settimana e un secondo passo è vedere un attimino il periodo post emergenza il periodo della ripartenza. Martedì nella giunta provinciale è stata deliberata una serie di misure importantissime per il mondo delle famiglie e soprattutto anche per il mondo del sociale e adesso presento due o tre slide su queste misure una prima misura che riguarda soprattutto un aiuto immediato è stato quello la slide che adesso si vede aiuto immediato Covid-19. È una prestazione che ha la finalità di sostenere durante il periodo di emergenza epidemiologica le persone e i nuclei familiari per superare questi momenti difficili anche di difficoltà economica. A chi spetta hanno diritto alla prestazione persone che a partire dal mese di febbraio hanno subito un'interruzione o anche revoca dell'attività lavorativa e non sono in grado di svolgerla a causa delle limitazioni previste con conseguente perdita anche del reddito derivante da tale attività. La durata di questo intervento attualmente è concepita per tre mesi. La domanda è molto semplice e può essere fatta tramite una email semplice al distretto sociale non è richiesta fare una DURP e le domande possono essere presentate a partire da questa settimana il 24 di aprile. Quali sono le cifre? Le cifre sono attualmente 500 euro per persona e per ogni ulteriore componente della famiglia del nucleo familiare 100 euro in più fino a un massimo di 800 euro mensili complessivamente allora un importo di 2400 euro per tre mesi per famiglia. Il secondo aiuto che poi si associa a quello adesso già illustrato sono contributi straordinari al cannone di locazione e spese accessorie. Sono questi costi fissi che le famiglie devono sopportare anche in questo momento e quindi diamo un contributo sempre in termini di calcolato in base al cannone di locazione in totale in una somma complessiva di 1600 quasi 1700 euro oltre a un contributo alle spese accessorie fino a 420 euro. La durata è sempre anche prevista attualmente di tre mesi e poi come si può calcolare l'importo mensile ammonta da 420 euro fino a 555 euro sempre per un massimo importo massimo già indicato. Anche la domanda può essere fatta molto semplice al distretto sociale via e-mail a partire dal 24 di aprile e non è richiesta una DURP o qualche altro documento comprovante la situazione economica reddituale ma tutto va basato su richieste di autocertificazione. Un secondo punto molto importante riguardo a coloro che attualmente seguono i loro anziani i loro cari nelle cure domiciliari cioè una parte di questi assegni di cura sono più di 16.000 che la provincia emana cioè quelli che prendono questi assegni di cura in territorio una parte di questi va anche dati in buoni di servizio che attualmente non possono essere utilizzati. La Giunta nella settimana scorsa ha deliberato che questi assegni di cura poi vanno anche liquidati e non ci sarà nessuna riduzione dell'assegno di cura a causa dell'estensione dei permessi della legge 104 del 92 previsto nel decreto cura Italia. Altre misure molto importanti sempre per coloro che sono proprio in prima linea adesso anche nei servizi molto importanti per sostenere gli anziani e le persone con handicap comunque che hanno necessità di cure e quindi vogliamo anche siamo intervenuti a aiutarli a sostenere più costi copertura di costi anche per misure attualmente necessarie ma anche per non aver avuto delle entrate sono state adesso deliberate delle misure di sostegno sia per le risidenze per gli anziani che anche per i servizi sociali delegati e anche per quelle strutture socio-sanitarie per minori residenziali e semi-residenziali altro punto importante soprattutto per le persone con disabilità che attualmente non possono svolgere le loro attività anche in strutture adeguate di sostegno lavorativo è una misura che prevede anche la copertura poi di tutte le indenità che attualmente non possono che non che vanno normalmente erogate a più di 270 persone che lavorano in queste strutture attualmente si trovano anche a casa e quindi hanno bisogno di essere anche supportate o restituite queste queste indenità un bisogno ringrazio un grande ringraziamento è anche da parte nostra e soprattutto anche la nostra profonda riconoscenza e anche stima per coloro che attualmente assistono più di 470 e 60 persone con disabilità in più di 59 strutture residenziali e che attualmente anche loro hanno un periodo abbastanza difficile cioè mi fa mi preme molto anche presentare per la prima volta questi dati relativamente a queste strutture attualmente sempre sono strutture come anche le residenze le case di riposo che hanno una certa complessità perché tante persone che stanno lavorando e vivendo molto strettamente anche di numeri abbastanza grandi cioè attualmente in queste strutture è stato un solo ospite positivo che poi si trova anche molto ben seguito in quarantena 6 collaboratori e 10 che sono attualmente in quarantena nessun per fortuna nessun decesso a causa del virus e quindi questo dato è molto anche confortante e positivo un punto e poi passo alla seconda fase c'è una delle misure più importanti che attualmente ci fanno presente soprattutto anche le famiglie che premono anche a ripartire a prendere il proprio lavoro è il punto dei servizi di infanzia di prima infanzia ma soprattutto anche le attività estive noi come giunta il presidente in prima linea e noi come membri della giunta premiamo a livello nazionale che anche lì questi servizi possono ripartire sempre rispettando tutte le misure di sicurezza e di igiene che dovranno essere intraprese per motivi di salvaguardare i bambini i giovani le famiglie e anche i nonni e le nonne ma quello che a noi sembra molto importante è poter dare un qualche servizio la situazione attuale è così che i decreti statali non ci danno possibilità o non ci danno la possibilità di mettere in attuazione servizi in gruppo quindi l'unica cosa che attualmente è utilizzabile sono qui i servizi tramite il libretto famiglia che è di auto-organizzazione delle famiglie stesse con le misure previste poi il bonus babysit di 600 euro mensili o 1000 euro mensili per coloro che lavorano in professioni sociosanitarie noi come giunta siamo molto attivi anche in incontri soprattutto anche la settimana prossima con la ministra Elena Bonetti a livello nazionale per poter riaprire gruppi piccoli di assistenza e soprattutto poter partire con i più di 329 progetti per più di 75.000 bambini nei mesi di estate quindi attualmente siamo già in fase di programmazione molto concreta come possono essere impostati questi gruppi questi centri anche o servizi estivi posso dirvi che coloro che stanno già programmando per misure ordinarie che devono essere rivalutate sono molto già attive per mettere in strada anche un programma ulteriore a quello standard per poter poi prevenire e aiutare le famiglie in questa seconda fase che ci siamo tutti contenti che possa ripartire dopo il 3 maggio questo è un po' tutto da parte mia e passo nuovamente la parola grazie possiamo passare alle domande che sono state ci sono state inviate da alcuni colleghi tre o quattro domande riguardano il settore dell'economia altre ancora la sanità e un paio il settore del sociale forse possiamo partire con una domanda riguardante il settore dell'economia dice che l'ordinanza firmata oggi si rivolge a tutte le aziende a prescindere dal codice a teco o solo alle aziende artigiane familiari a officine e cantieri come è stato detto poco fa no si rivolge a tutte le aziende tutte le attività a prescindere del codice a teco però dobbiamo stare attenti ci sono poi le attività che sono comunque ancora vietate per così dire cioè chiuse e mi riferisco per esempio a tutte le attività commerciali tranne quelle esplicitamente amesse a tutte le attività ristorative tranne quelle esplicitamente amesse che è soltanto diciamo la fornitura e quant'altro e perciò alla fine si riduce alle attività produttive e di servizi che non fanno parte di questo grande mondo delle attività ancora chiuse e per questa attività dove avevamo già la situazione che il tertolare dell'azienda poteva operare nell'azienda stessa lui e anche lei e anche i suoi conviventi familiari se collaboratori nell'azienda adesso lì si ampia il raggio si possono aggiungere anche collaboratori fino al massimo di cinque persone che possono collaborare in queste situazioni soprattutto ovviamente nel pieno rispetto di tutte le normative e tutte le prescrizioni di sicurezza e queste attività si possono svolgere anche al di fuori diciamo della sede aziendale allora vuol dire diciamo in un cantiere o diciamo dove bisogna montare o comunque dare questo servizio però escluso qualsiasi contatto con clienti e fornitori e perciò l'ambito rimane nonostante tutto piuttosto limitato cioè per attività ovviamente edili e non che però non hanno bisogno di contatti diretti con clientela un'altra domanda dice che a sui imprenditori i sindacati lamentano che nella nuova ordinanza non si accenna al protocollo elaborato congiuntamente sulla sicurezza sul lavoro sostenendo che si ponga il focus sul numero dei lavoratori e non sulla sicurezza chiedono qual è la sua opinione a riguardo io credo che questo sia un malinteso perché si è voluto proprio esplicitamente fare riferimento al protocollo è stata fatta anche una citazione adesso verifichiamo se questa citazione non risulta quella corretta che si avverisce però si è voluto proprio far riferimento ai protocolli siglati e ove necessario se faremo assolutamente l'integrazione però questo era proprio il tema di fare riferimento a questo e di indicare anche questo come le procedure che devono essere assolutamente seguite per noi era importantissimo non soltanto il cosa ma soprattutto il come e qui posso confermare che ovviamente facciamo leva su quello che è stato il lavoro svolto da parte dei sindacati e degli rappresentanti diciamo delle aziende Un'altra domanda afferma la Camera di Commercio chiede test rapidi a tappeto per tutta la popolazione si chiede qual è la sua opinione e se ci sono già delle possibilità cioè ci sono delle scelte che vengono operate sul mercato e se la provincia intende accolarsi i costi per questi test Qui mi lasciate aprire una piccola parentesi a me sembra che il dibattito delle ultime settimane diciamo che ruota torna a questo tema dei test se seguiamo i dibattiti su internet sui social ma anche sui giornali sembrerebbe che quasi tutti ormai siano esperti di epidemiologia tutti siano virologi tutti sappiano quali sono i test a effettuare e fare tranne tranne forse una categoria perché quelli sono quelli che assolutamente non capiscono niente che sono i politici ma tutti gli altri diventano esperti sicuramente noi politici non siamo gli esperti credo che forse tanti di coloro che oggi commentano e fanno forse non lo sono neanche e dobbiamo fare riferimento a quello che viene indicato soprattutto non soltanto da un qualche singolo esperto ma da quelli che sono gli istituti cioè che sia l'OMS cioè l'Organizzazione Mondiale della Salute l'ISS l'Istituto Superiore per la Sanità in Italia e poi gli istituti maggiori a livello mondiale dove ci indicano che questi test serologici si vanno fatti ovviamente per un motivo molto semplice perché loro ci danno poi alla fine un risultato che non è soltanto una fotografia di un momento di qualche giorno fa ma anche un dato già collaudato perché se ho gli anticorpi se ho gli antigeni allora ho già superato una fase e questo rimane però il tema è che questi test anche questo ce lo dicono gli esperti non è una valutazione mia ripeto perché io non sono l'esperto gli esperti però ci dicono che questi test hanno una affidabilità limitata soprattutto quelli che sono stati utilizzati ultimamente anche da qualche soggetto privato e hanno una loro affidabilità soltanto se usati in modo combinato tra di loro anticorpi e antigene e ovviamente anche poi addirittura collaudati con test diciamo validati con test PCR ieri abbiamo rappresentato nella conferenza stampa proprio qui con la dottoressa primaria dottoressa Dagmar Reghele qual è la strategia che proprio lavora su questo schema proprio anche su una base molto scientifica con i test migliori attualmente disponibili per quello ci è voluto anche un attimino per riceverli li abbiamo ricevuti appena adesso ieri sono arrivati devono arrivare ancora altri kit e con quelli faremo questi test incrociati che poi ci daranno questi risultati cioè prima capire soprattutto nei gruppi più importanti che sono i collaboratori in sanità nelle case prevenziani ma anche le persone che sono lì qual è la situazione lì abbiamo già effettuati tantissimi test PCR ormai la metà di tutte le persone li abbiamo testate forse nessuna regione in Italia ha fatto così tanto l'altro tema invece è quello di avere poi anche campioni sul territorio campioni statistici per capire come è la situazione sul territorio con questi test incrociati lo faremo saremo tra i primi in Europa che fanno queste cose qua ci sono stati fatti campioni limitati in qualche regione europea noi cercheremo di farlo un test completo uno screening completo di tutti i 530.000 altri tesini ora attualmente non è ancora possibile non ci sono a disposizione né i reagenti né i test né i kit né anche diciamo i macchinari per poterlo fare però facciamo un passo alla volta e cerchiamo sempre di essere all'avanguardia di quello che è attualmente disponibile un'altra domanda di un collega afferma che in Val Gardena è stato diramato un comunicato stampa dell'associazione turistica che si stanno progettando l'inizio della stagione estiva e chiede se può essere considerato realistica la data del 4 giugno bisogna dire per cosa cioè il tema è ovviamente che noi stiamo preparando io prima di questa conferenza stampa ho avuto una videoconferenza con i colleghi Presidenti della Regione con il Presidente della Conferenza Regioni Stefano Bonaccini perché stasera la cosiddetta cabina di regia si riunirà per discutere proprio la cosiddetta fase 2 la ripartenza e noi oggi tutti assieme abbiamo condiviso un punto e questo per me io lo considero un successo perché ero tra i pochi all'inizio che avevano sostenuto questa tesi che secondo noi la cosa migliore è se a livello centrale si condivida una linea guida unitaria perché ci vuole se no ciascuno fa quello che vuole una linea guida in base a quali criteri e in base a quali paletti secondo quali paletti le Regioni possono poi definire le singole attività che possono ripartire ma anche soprattutto il come possono ripartire e quando possono ripartire perché sono aspetti tutti singolarmente da valutare e adesso e questo oggi sarà la nostra proposta come Regioni allo Stato che lo Stato li ha le linee guida i criteri e poi siano le Regioni secondo questa inosservanza di questi criteri allovarare le strategie secondo la relativa a situazione epidemiologica ovviamente con tutte le prescrizioni che sono anche da condividere ovviamente con le parti sociali con i sindacati e con i datori di lavoro questo è l'approccio il metodo e per rispondere alla domanda allora si intuisce anche qual è la risposta cioè dire adesso che il 3 giugno è la data in cui inizia il turismo sarebbe una cosa davvero sciocca e poco seria innanzitutto sì ci sarà forse potrà essere anche inizio di giugno dove alberghi e ristoranti possono riaprire ma dobbiamo soprattutto vedere con quale misure di precauzione con quali dispositivi con quali sistemi e strategie e poi la domanda principale e ci saranno gli ospiti e questo dipende da tantissimi fattori non soltanto da noi ma soprattutto anche dalla situazione in Italia e nel resto d'Europa nei mercati diciamo da dove provengono i nostri turisti ci saranno persone che vorranno fare viaggi che vorranno venire in alto alice e questo credo che sia la domanda principale poi noi intanto ci prepariamo ci daremo tutte le strategie tecniche e tutti diciamo i sistemi di protezione per poter riaprire e poi dovremo vedere quando gli ospiti arrivano adesso ci servono un paio di domande per l'assessore alle politiche sociali Valtro Deg una chiede se è possibile pubblicare i dati sulle infezioni rilevate nelle case di riposo questo fornirebbe un quadro complessivo più preciso per i cittadini secondo il collega e sempre secondo questo collega circa la metà delle persone risultate positive ai test si troverebbe a Brunico una seconda domanda riguarda il fatto se gli operatori degli asili e gli insegnanti è prevedibile che debbano lavorare durante i mesi estivi e se ci sono dei progetti per rafforzare questo settore in vista dell'estate grazie anche della domanda relativamente ai dati di infezione e anche di guarigione nelle case di riposo attualmente stiamo lavorando assieme con l'azienda sanitaria a far partire una data una data una banca dati comune la complessità del sistema è quello che abbiamo 77 strutture che sono gestite sia in parte pubblica che anche da associazioni fondazioni private e quindi mettere assieme questi dati sia dai collaboratori che anche coloro che ci vivono sono i residenti di queste case di riposo devono essere portati assieme in una banca dati così che anche i dati sono validati e quindi anche comprovati tra azienda sanitaria e struttura quindi questa fase è partita si sta lavorando e poi molto volentieri comunicheremo questi dati perché sono dati che vanno anche comunicati la seconda domanda che riguarda soprattutto questi servizi per servizi di infanzia di prima infanzia e anche estivi la situazione attualmente per sfortuna anche così che a differenza della gestione altrove da noi non è possibile prevedere i gruppi attualmente o l'accompagnamento o il servizio in gruppo di bambini piccoli e anche già di età cioè di giovani e attualmente lavoriamo assieme con colleghi anche della formazione di programmare per le settimane i mesi a partire dal 4 maggio e anche per l'estate quindi ci sono da fare due passi quelli che ho già spiegato cioè rivalutare i progetti già programmati mettendosi assieme con il dipartimento della igiene per prevedere tutte le linee guida riguardanti soprattutto la protezione di coloro che ci i bambini poi che ci stanno in questi gruppi ma anche dei familiari e dall'altra parte è partire con un secondo binario con un secondo intervento e potenziare quello che è già programmato per ciò che riguarda poi anche l'aiuto da parte di coloro che sono insegnanti o anche lavorano nelle scuole di prima infanzia questo è un discorso che va approfondito con i colleghi della formazione ma soprattutto anche con i sindacati posso fare qui un'ultima osservazione che penso che sarebbe molto necessario farlo perché se abbiamo sappiamo che già in un'estate standard le iscrizioni sono 50.000 sono più di 75.000 bambini seguiti già in un'estate standard dobbiamo pensare che si aggiungono necessità di tutte le famiglie che attualmente hanno già preso il periodo di aspettativa di congedo parentale straordinario anche di ferie quindi la necessità sarà anche molto più elevato degli anni scorsi e quindi ci vuole forse sicuramente uno sforzo comune a poter aiutare le famiglie di entrare bene in questa fase 2 di ripartenza ecco forse l'ultima domanda sono tre quesiti per quanto riguarda la sanità sono temi che sono già stati trattati varie volte però evidentemente visto che sono giunte le domande forse è il caso di tornarci sopra brevemente dicono coloro che abitano nella stessa casa possono fare passeggiate assieme oppure l'attività in bicicletta l'attività sportiva è ancora proibita e poi evidentemente c'è ancora qualche difficoltà a reperire le mascherine e chiedono se i vigili del fuoco sono da considerare un punto di riferimento eventualmente per reperire questi strumenti sulla prima domanda sì io mi rendo conto che forse sarà utile riconfermarlo questo anche dopo l'ultima ordinanza sono aspetti che non sono regolati in ordinanza ma con circolare così anche a livello statale dove si era previsto come qualcuno ricorda inizialmente che fosse solo un genitore che possa accompagnare il figlio minore e la figlia minore e noi avevamo deciso subito anche entrambi perché dal punto di vista epidemiologico epidemiologico se lo dicono i nuovi anche gli esperti non cambia niente perché tanto importante è che si tratti di persone che convivono nello stesso appartamento questi sì possono anche uscire assieme perché ovviamente stanno assieme tutto il giorno magari anche stretti stretti nella cucina nel soggiorno e perciò ovviamente anche se escono insieme all'aperto non cambia niente dal punto di vista del rischio del contagio però devono star lontani di nuovo questo è il messaggio da tutte le altre persone quando escono anche da altri bambini e bisogna anche fare stare lontani i bambini da anche magari il bambino dai vicini e non è sempre facile questo lo sappiamo questo è confermato e se necessario e questo possiamo farlo senza altro faremo anche un'ulteriore conferma con circolare anche da istruire a tutti tutti gli operatori e tutte le forze dell'ordine per avere anche un'interpretazione uniforme sul territorio ovviamente sempre poi ci sono le ordinanze dei sindaci in deroghe che vanno rispatate anche però questo è compito dei comuni anche poi mette la conoscenza dei cittadini e delle forze dell'ordine detto questo per l'altro tema dell'attività sportiva in bici no per ora non è ancora ammessa noi abbiamo dato l'interpretazione che poi da qualche giorno è confermata anche dal dal ministero che anche il jogging è ammesso perché diciamo quando ci si muove a piedi anche correndo questo fa parte dell'attività ammessa per ora diciamo per quanto riguarda anche l'allontanarsi più di una certa distanza dalle case con la bici come mera attività sportiva non l'abbiamo ammesso anche per evitare eventuali rischi perché comunque è già un'attività più rischiosa diciamo del correre o del andare a piedi comunque in modo piano ecco perciò oggi si può andare in bicicletta per fare la spesa per andare al lavoro per recarsi dal medico cioè per tutte le attività dove ha messo anche l'uso di un veicolo qualsiasi anche di un automezzo sicuramente ci sarà anche il momento e forse anche a breve dove si prevederà anche che questa attività sportiva sarà riemessa se esercitata singolarmente cioè individualmente e non in gruppi quella delle mascherine sì sappiamo che questo è un tema che sicuramente ci riguarda noi tutti come cittadini ma anche ovviamente chi è imprenditore chi è collaboratore in azienda dove oggi abbiamo la prescrizione di munirci di un dispositivo per la passeggiata per fare la spesa basta anche diciamo un scaldacollo un tessuto perché sempre in tema è quella della barriera che evita che il particolato vada su un'altra persona o su una superficie dove qualcuno può contagiarsi però ovviamente in determinate situazioni sono richieste poi anche le mascherine soprattutto per determinate attività mi sono riferito prima alle prescrizioni che sono contenute anche nei protocolli d'intesa e perciò noi ovviamente abbiamo tutto l'interesse a livello dei confronti col governo più volte è chiesto che adesso sia anche tolto il privilegio diciamo della protezione civile della requisizione di tutte le mascherine perché ormai dovrebbero essere a disposizione perciò bisogna anche ammettere che sia anche il mondo privato di nuovo a munirsi di questi soprattutto i datori di lavoro che vorrebbero farlo per i loro collaboratori per quanto riguarda la distribuzione alla popolazione stessa sappiamo che in qualche regione c'è stata una distribuzione di qualche centinaio di migliaio di mascherine e qualcuno ha dato notizie ma che bello perché non lo fanno in alto alice faccio presente perché per una giornata dovremmo distribuire un milione per una giornata se facciamo una cosa seria e perciò fin d'ora non l'abbiamo fatto perché non ci sarebbe stata la distributività necessaria non i vigi del fuoco perché questa è una domanda precisa in qualche situazione ci hanno dato una mano distribuendo il materiale che era distribuito come per esempio il scaldacollo che abbiamo distribuito per il tramite dei negozi alimentari dove sono stati i vigi del fuoco a fornire questi scaldacollo ai negozi alimentari però loro non sono il luogo dove ci si può arriccare per chiedere i dispositivi di protezione cioè quando avremo una situazione dove potremo anche fornire un quantitativo soddisfacente ai cittadini sicuramente potrebbe anche essere che incarichiamo anche i vigi del fuoco oggi non è questa la situazione bene allora con questa risposta del presidente Compacer chiudiamo la conferenza stampo di Erna e vediamo appuntamento lunedì 20 aprile alle ore 16.30 con la parte in lingua tedesca alla quale seguirà come di consueto alle ore 17 quella in lingua italiana arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti